Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 mit dem Fettsack und, also mir und der Krabbe, nein, also natürlich dem Fettsack und mir, der einzig war ein Krabbe auf YouTube und wir spielen nach wie vor mit, egal, ich wiederhole mich. Wir haben jetzt die große Ehre, eine Schlacht gegen die Hochelfen spielen zu dürfen. Sieht relativ schön aus, die Dame ist glaube ich eine Frau, Sarah, ein Nahrkauf-Experte und sehr schnell. Das ist natürlich schlecht. Ich habe viele Bogenschützen da. Ich muss nochmal gucken, wie sich das entwickelt. Ich muss natürlich selber schlagen, sonst verlieren wir die Schlacht. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tatsächlich immer wieder schön, wenn dann doch Leute sich dazu entscheiden, hier auf diesem Kanal tatsächlich auch Videos anzuschauen. Immer sehr überraschend, wenn ihr mich fragt. Ich verstehe es meistens selber auch nicht. Ich habe gerade quasi das Ende von Total War Three Kingdoms aufgenommen und bin da wieder jetzt natürlich, muss ich wieder umdenken. While Warhammer funktioniert wieder komplett anders als Three Kingdoms, da muss ich dann immer gucken, dass ich das hier alles ordentlich hinkriege, dass ich mich hier nicht komplett balamiere. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich bin da relativ zuversichtlich. Es ist sogar einfacher. Total War Three Kingdoms ist deutlich schwieriger als Warhammer. Stimmt, die haben keine Vorhutaufstellung. Ich wollte gerade sagen, warum geht das nicht? Aber nur meine Goblins haben Vorhutaufstellung. Orks nicht. Das sind nämlich Orks. Und das sind Goblins. Das ist ein Unterschied. Vergisst man immer ganz gerne. Vorteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, wir können quasi instant bei Dich eine Einheit unter Beschuss nehmen. Hat natürlich seine Vorteile. Achso, er hat natürlich auch keine Vorhutaufstellung. The Boy. Wer ist denn das eigentlich? Rartuk, Außerwelt des Morg. Die haben also komische Namen. Er hat auch keine Vorhutaufstellung. Habe ich eigentlich die Mod installiert, dass ich, äh... Was habe ich denn jetzt noch drinne? Ach scheiße, ich bin auch so dumm. Warte mal ganz kurz. Stopp. So, die muss ich extra gruppieren. Ich bleibe mit mir schon wieder. So, jetzt sat. Und dann schicken wir jetzt die Boys gleich mit hinter. Oh Gott, die schießen... Ah ja, verdammt, habe ich ganz vergessen. Hallo, ich spiele gegen Hochelfen. Hochelfen haben eine unglaubliche Reichweite, wenn es darum geht, mit Bögen auf mich schießen zu dürfen. Schießt ihr schon alle brav? Ja, gut. Die Infanterie schicke ich auch direkt in die Offensive mit rein. Und die Boys bitte auch gleich mit rein. Müssen bitte direkt mit angreifen. Mein Zauberer Bubi, was kann er denn machen? Führerschaft. Finzernis der Verzweiflung. Seelenfäule, das ist erstmal der Standardzauber. Was ist das hier? Seelenraub, Fügkämpfern Schaden zu. Stark gegen einzelne Angreifer. Ja, die habe ich nicht, die einzelne Angreifer. Wir kämpfen hier leider gegen viele Angreifer. So, ich sollte vielleicht auch angreifen, wenn ich schon die Rüstung der Feinde senke. Ich weiß, manch einer denkt, ich habe studiert. Dass ich so intelligente Moves rausbringe. Aber nein, ich habe tatsächlich nichts studiert. Das ist alles in meinem Kopf. Und ich habe gleich keine Einheiten mehr, wenn ich hier noch weiter so dumm rumstehe. Dann verliere ich die Schlacht nämlich wirklich gleich. Also dann verliere ich nicht nur die Autobrechnung, sondern verliere ich die Schlacht auch wirklich noch. Wenn ich mich gerade so dumm anstelle. Machst du schon was? Ganz fleißig? Kurze Frage. Zauberst du schon? Er zaubert schon. Stark gegen einzelne. Mal auf ihn draufschmeißen. Da hinten war das. Das könnte ich sogar überladen. Überladen war mit Shift, ne? Glaube ich. Wenn ich mich nicht über komplett täusche. Rechtsklick und mit dem Zauber. Ja, ja. Ich glaube überladen war Shift und Rechtsklick. Ne. Shift und Rechtsklick war es nicht. War es Steuerung. Spiel pausiert. Ich weiß ja nicht, ob es überladen ist oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, ich kann es überladen. Aber ich weiß nicht mehr wie. Linksklick zum Aktivieren. Rechtsklick zum Abbrechen. Eins. Ne. Das ist nur einfacher. Ah, ich muss zweimal draufklicken. Ha. Faszinierend. Was ich alles herausfinde im Laufe des Spiels. So, ich hoffe, das tut ihm sehr weh. Ja, Serienraub ist an und er bekommt guten Schaden. Oder sie bekommen, es bekommt guten Schaden. Mal meinen Walk aktivieren hier. Meine stärkste Fertigkeit. Dass ich hier so unbehindert drauf rumlaufen. Sehr, sehr stark. Weitliche Truppenanzahl ist bereits um 200 gesunken. Meine ist um 1000 gesunken. Man erkennt ein kleines Muster quasi. Es läuft nicht so gut für mich. Wer hätte es gedacht? Machst du was? Aktuell nicht. Ich meine, Elfen sind natürlich deutlich stärker wie ich. Aber jetzt eben auch Grund, auch dieser wunderschönen Fertigkeit hier. Walk. Nennt sich auch ganz einfach Walk. Großer Walk. Aufgrund dieser wunderschönen Fertigkeit haben wir es auch direkt geschafft, hier ein bisschen im Nahkampf das Platz schon mal zu wenden. Wir sollten allerdings etwas mehr Schwerpunkt darauf setzen, feindliche Bogenschützen anzugreifen. Die bereiten mir etwas Kopfzerbrechen aktuell. Hier bitte noch in die Offensive mit reingehen. Genau, ihr greift hier nach hinten an. Und wenn mich jemand fragen würde, womit habe ich mehr Spaß? Total War Three Kingdoms oder Total War War Hammer 2? Wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Total War Three Kingdoms hat... Okay, da war eine kompletten Bogenschütze noch, die nicht im Einsatz sind. Total War Three Kingdoms ist ein wunderschönes Spiel. Sehr, sehr taktisch tiefgreifend. Sehr, sehr schwierig auch. Selbst auf einfachen Schwierigkeitsgraden. Man muss höllisch aufpassen, was man macht. Man ist durchgehend im Krieg, man hat immer Probleme mit Loyalität und Geld. Und man hat wirklich... Ist sehr, sehr schwierig. Und Total War War Hammer 2 ist hingegen ein unglaublich schönes, lustiges, cooles Spiel. Macht sehr, sehr viel Spaß auch zu spielen. Die Schlachten sind cool, die Einheiten sind cool. Es ist ein bisschen einfacher. Aber es hat dann quasi auch wieder seine... Beides haben ihre Vor- und Nachteile. Es sind beides unterschiedliche Spiele von der Aufmachung her. Also es ist auch das Schöne an Total War. Weil manchmal sagt man... Früher hat man gesagt, okay, Total War, jedes Spiel ist gleich. Andere Grafiks, andere Assets. Ist aber überhaupt nicht so, finde ich. Finde tatsächlich ist es anders. Jedes Total War ist komplett anders. Auch Rome Total War spielt sich komplett anders als Attila Total War zum Beispiel. Und das finde ich eben das Schöne an Total War Spielen. Dass sie dann doch so verschieden sind. Kurze Frage, wo ist eigentlich er? Können wir hier auf sie drauf zaubern? Vielleicht kriegen wir die irgendwann mal weg in den nächsten 10 Jahren. Die Elfen schießen leider weiter. Die haben so viel Munition aktuell noch. Okay, die sind Geschichte. Auf die da schießen. Ich meine, zum Glück habe ich auch so viele Fernkampfeinheiten. Problem ist, es bringt mir relativ wenig aktuell. So, seid ihr hier fertig? Ja, gut. Schießt mal mit auf die da hinten. Die sind auch fast weg. Ja, das Problem ist, die Bogenschützen werden mich vernichten, früher oder später. Wenn ich nicht aufpasse. Ja, die fliehen. Die fliehen alle. Okay, die fliegen gerade alle. Super. Okay, wir haben es gewonnen. Schön. Toll. Ganz schön. Das freut mich sehr. Dass sie die erste Schlacht gleich mal gewonnen haben. Wir haben uns selbst mal direkt eine Siedlung verloren. Das wäre uncool gewesen. Verschwindet. Wird der Stamm größer? Bewegen sich eure Bosse aus dem Angriffsbereich? Kommen wir auf dumme Gedanken. Und meinen, sie wären besser als ihr? Meinen, sie sollten ihren eigenen War kriegen? Ich bin der Boss. Oder haltet sie bei der Spange? Ich bin der Boss. Ganz klar. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Es gibt nur einen Boss. Jizore. Jizoro. Wie spricht man das aus? Jizoro, Jizore. Gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Wir haben 10.000. Wir können das mal ein bisschen ausgeben. Ein bisschen auf dem Putzhauen hier. Ein bisschen Kohle raushauen. Zumindest in den kritischen Gebieten. Die können wir angreifen. Ach, die hat uns erst... Ah. Ah, die hat uns ja angegriffen. Ja, ich glaube, sie hat gerade auch gemerkt, das war ein dummer Move. Ja, ich bin mir sicher, das hat sie gemerkt. Ähm, jetzt ist die Frage, mit wem bin ich denn aktuell noch im Krieg? Mit den Elfen nur noch. Oder? Wer ist das hier? Das ist alles Zephyr, Kotick, Ivres und Etain. Unser Ziel ist ja in Ivres, deswegen würde ich fast sagen, wir schauen dann auch mal, dass wir dann vielleicht irgendwann mal direkt übersetzen zur neuen Region. Beziehungsweise zu unseren neuen Inseln, die ja bald mir gehören werden. Und dann werden wir mal gucken, ob wir die Hochelfen vielleicht direkt unser Missionsziel, ob wir das Ding direkt abschleichen können. Kurze Frage, Seelenfäule war das, ne? Was hier, ähm, wirkt sich auf einen... Nein, das war es nicht. Was war es denn? Was ist das hier? Wirkt sich sofort in den Zielgebiet aus? Seelenfäule, Lebenssinn. Ach, das war das, ne? Ne, hä, was war denn das für ein... Ach, Seelenraub war das. Jetzt hat... Machen wir Seelenraub auf die nächste Stufe. Irgendwas bauen, jawohl. Hier können wir neue Gebäude bauen. Dann würde ich sagen, bauen wir direkt mal einen Squig-Käfig. Und bauen, was ist das hier noch? Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ha, was würde sonst noch von Sinn sein? Irgendwas, äh, was binden wir das? Nachgoblin-Schamane, Ork-Schamane. Das sind große, fette Einheiten. Dann bauen wir das nochmal, dass wir Trolle mit rekrutieren können. Nachher mal gucken natürlich, dass wir dann vielleicht das ein oder andere Gebäude wieder abreißen. Zum Beispiel die Garnison. Könnte man natürlich später abreißen. Jetzt aktuell nicht, jetzt ist es natürlich noch zu kritisch. Jetzt sind wir natürlich noch irgendwo direkt im Frontgebiet. Das ist natürlich sinnlos, das abzureißen. Aber irgendwann mal, in der Zukunft, könnte man sich das natürlich durchaus überlegen. Schaut es hier mit euch aus. Das ist meine Walk-Armee. Kann er irgendwas rekrutieren? Jawohl. Und dann marschieren wir mit ihm mal weiter. Richtung, kommen wir da hin? Ne. Das ist die Frage, wohin mit ihm? Weiter nach Norden. Wie lange dauert der Walk noch an? Sechs Runden. Der Walk ist die Fische. Weil ich bin mit allen im Krieg. Die können einfach drüber marschieren. Ich würde aber Verschleiß machen. Warum denn? Ah, vampirische Korruption. Ekelhaft. Ich denke, ich werde das nächste Long Wheel angreifen. Weil, warum nicht? Ist natürlich blöd, dass die da keinerlei Truppen stationiert haben. Die haben auch keinerlei Verbündete. Hi. Okay, das ist ein einfacher Sieg. Da brauche ich gar nicht mich selber bemühen. Plündern und besetzen, wie immer. Möglichst viel Geld da rausschlagen aus der Situation. Reparieren das Ganze. Haben Hafen mit dabei. Das ist natürlich nice. Werft der Grün heute. Erhöht unser Einkommen minimal. Solange mir hier keiner den Krieg erklärt oder auf dumme Gedanken kommt, ist eigentlich alles in Ordnung. Was ich jetzt mit euch mache, die schicke ich erstmal nach oben nach Jizoro. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus und kriege wahrscheinlich gleich den Hate meines Lebens. Wir können auch einiges an Einheiten rekrutieren, ne? Nach Goblin-Bogen schützen. Was ist der Unterschied zwischen denen? Die haben Gift-Angriffe. Foto-Ausstellung, entbehrlich. Ja, entbehrlich sind sie alle. Da würde ich was sagen. Wir tun mal die harte Boys mit rein. Ja, wir tun einfach ein paar harte Boys mit rein. Dauert zwei Runden. Da wäre ich dann ein bisschen stärkere Jungs am Start. Was machen wir mit ihm? Plus 75% Aura-Größe, plus 9 Führerschaft für alle Goblin-Einheiten in meiner Armee. Ich muss mir überlegen, das sind wirklich bald unbesiegbare Kampfmaschinen, ne? Das darf man wahrscheinlich außer Acht lassen. Ähm, schwere Munition oder, was ist das andere? Munition plus 75%. 140 kostet das Ganze insgesamt. Dann machen wir das doch auch gleich mal. Meine Bogenschützen alle deutlich stärker, was den Schaden angeht. Und das nächste Ziel ist Curon, weil so wie es ausschaut, haben die da auch kaum wirklich Einheiten stationiert. Wieso, die versuchen da was Neues zu rekrutieren? Ob sie das schaffen, ist die andere Frage. In Luanguil muss ich auf alle Fälle schauen, dass wir noch eine Garnison hinbauen, aus Sicherheitsgründen. Curon, Bretonja. Die wissen noch nicht so richtig, was sie machen sollen gerade. Haben sich jetzt nämlich aus Curon abgezogen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, um ehrlich zu sein, aber... Wenn ihr meint, dass ihr mir Curon einfach so schenkt. 31.000 Raubwert. Belangen das Ganze. Oh, das ist... Meine Walk-Ami ist mit dabei. Problem ist... Problem ist... Rekrutiert. Kann jetzt nicht rekrutieren, weil wir die Stadt haben. Aber ich bin ein bisschen überrascht, dass es doch so schwer wird, die Siedlung zu erobern. Dafür, dass ich eigentlich zwei komplette Armeen habe. Ich hoffe, dass sie mich vielleicht angreifen. Mal gucken. Sie machen es. Sie greifen mich wirklich an. Da kam noch eine andere Armee mit von irgendwo. Jetzt muss ich mir wirklich zurückziehen. Aha. Ja. Luanguil ist wieder weg. Luen, Leon, Curr persönlich hat sich die Stadt gesnackt. Schon ein Bitch-Move von ihm. Aber er wird da gleich merken, was er davon hat. Weil wir natürlich jetzt gleich da wieder zurückschlagen und uns Luanguil wiederholen. Und er kann ja Dings machen. Tunnel-Move, oder? Nee, eigentlich ist es egal. Weißt du was? Beweg dich einfach da durch. Ich sage, ist mir total egal, was die vor mir halten. Wenn es ihnen nicht passt, können sie sich eingraben. Der war schlecht. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld verloren. Natürlich auch dadurch, dass ich neue Einheiten rekrutiert habe. Und in dem Fall haben wir allerdings hoffe ich auch gute Beute gemacht. 12.000 haben wir wieder. Super. Luen, Leon, Curr ist erstmal weg. Lauter legendäre Regimente freigeschaltet. Nehmen wir dann da. Auf die anderen, da freue ich mich dann nachher schon. Auf die richtig teuren Arachnurok-Spinnkönig und was das nicht alles ist. So. Rang 13. Was können wir denn da machen? Ich glaube, wir können davon nur eins wählen, oder? Ne, wir können alles wählen. Okay, passt schon. Wachstum plus 15. Ein Provinzen. Trefferpunkte. Mehr Rüstung. Chance auf magische Gegenstände. Ist eigentlich alles nice. Aber wir fangen erstmal damit an. Wachstum ist nämlich immer nice. Unser Walkdown noch drei Runden an. Nächste Runde holen wir uns Grunkzimt. Ich denke nicht, dass da großer Widerstand zu erwarten ist. Was ist denn das hier eigentlich? Eine Garnison. Ja, die muss ich auch da lassen. Genauso wie ich das brauche. Gehorsam und Unverdorbenheit. Aber ihr seht auch schon, die Chaos-Korruption ist schon fast vollständig weg hier in manchen Regionen. Ist noch bei 31%. Aber sinkt natürlich weiter. Wenn die komplett weg ist, kann ich auch wieder das ein oder andere Gebäude abreißen. Rüstung für Wolfsreiter. Führerschaft. Verluste. Verstärkungsrate. Baukosten für alle Gebäude. Minus. Das ist nice. Das können wir upgraden. Burg Arthuis. Denke ich mal, müssen wir erstmal nicht upgraden. Das ist wieder reparierend. Das haben sie ja kaputt gemacht. Diese schlimmen, bösen Menschen. Dass Menschen immer alles kaputt machen müssen, weißt? Da muss erst ein Ohr kommen, muss es wieder reparieren. Weil der Mensch meint, ich muss es kaputt machen. Schweinerei. Das wird Konsequenzen haben. Das könnt ihr mir glauben. Das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. So geht das nicht. Dass man einfach Gebäude kaputt macht. Nein, nein, nein. So geht das nicht. Ey, Bitch Move. Auf der anderen Seite ist es glaube ich sogar eine Chance für mich. Ja, es ist eine ausgeglichene Schlacht, ne? Dann schlagen wir die gleich mal. Gucken wir mal, wie sich das Ganze hier macht. Mit meinem Rartuk aus der Welt hat es Morg. Gegen Sherlin Le Jongler. 1700, circa 1700 gegen, ja, auch so in etwa. Sie ist jetzt aktuell sehr alleine. Ich bezweifle auch, dass sie in der Lage ist, hier in meinem Angriff standzuhalten. Was wir uns auch machen ist, wir lassen nicht die Bogenschützen schießen. Ist das eine Zauberin? Dann habe ich ein Problem. Eine Zauberin ist dann doch nicht so ganz ohne. Ja, ich habe das ja aufgelevelt. Hat sich auch direkt bemerkt gemacht. 3.112, 2.968. 2.824. Sie hat ein Drittel ihres Lebens quasi direkt verloren. Die feindlichen Truppen kommen. Machen wir mal Geschosseinheiten vorne. Stellen uns hier auf. Das Gute ist, ich weiß nicht, ob das eine Range begrenzt. Was ist denn das hier? Habe ich das letztens auch schon gehabt? Muss ich gestehen, das weiß ich gar nicht. Ey, Alter, auch zu zaubern, ne? Ganz dünnes Eis, das weißt du. Es ist hier unterlegen. Und kommt hier auf dumme Gedanken, auf mich zu zaubern. So, hat das eine Range? Ach, ich kann einfach zweimal draufklicken. Das ist interessant. Ne, das gibt eine Range-Begrenzung. Okay. Aber in dem Fall, sie ist leider in der Range. Tut weh, ne? Oder? 2.500. 2.000. Kannst du bitte weiter sinken? Boah, das hat dir überhaupt nichts gebracht, dieses Mal. Ja, ein Großteil der bretonischen Armee ist erschöpft, teilweise. Zwar ist das vor allem die unterschiedlich. Die sind zum Beispiel sehr müde, die anderen nicht. Ich weiß allerdings noch nicht ganz genau, warum. Vielleicht finde ich sie irgendwann heraus. Aber so sicher bin ich mir das aktuell nicht. Ich habe natürlich keine Kavallerie oder sowas. Das ist ein ganz kleiner Nachteil für mich. Dass die leider die komplette Überlegenheit haben, was Kavallerie angeht. Aber wir müssen mal gucken. Letztendlich, wenn wir diese Schlacht gewinnen, habe ich quasi den großen Vorteil, dass wir quasi problemlos die Siedlung erobern können. Mal hier einen Zauber draufschmeißen. Mal gucken, wie das funzt. Angriff, Angriff. Wo war der Zauber? Wo ist er? Hat er ihn schon gewirkt, der Boy? Hat ihn schon gewirkt? Tatsache. Neun Kills hat er gemacht, also eigentlich gar nichts. Wo ist die Zauberertante? Wo ist er denn? Naja, wie viele Zauberer die haben, hör auf. Da ist er. Mal gezielt auf sie, dass sie auch stirbt. Das ist eigentlich mein Hauptziel aktuell. Schicken weiter unsere Goblins alle in Angriff. Kurz den Walk auslösen. Dass ich es nicht wieder vergesse, wie letztens. Das ist natürlich unser größter Vorteil, dieser Walk. Wie ich schon mehrfach auch erwähnt habe. Ah, meine Infanterie kriegt gerade gegen die Kavallerie hart auf die Schnauze. Persönlich zu meiner Unzufriedenheit, Entsetzen und Enttäuschung sagen. Der Walk ist vorbei, der erste. Was haben wir sonst noch so? Mach mal Seelenfäule dahin. Ihr könnt hier bitte mit angreifen. Ihr könnt auch mal angreifen. Und ihr kümmert euch weiter um die Kavallerie. Ist da ein bisschen sinnlos. Mit Infanterie gegen Kavallerie. Das sind das hier meine Ork-Moschers. Meine starken Schläger sogar, glaube ich. Die hier. Bis jetzt etwas enttäuschend. Wobei die mit der Kavallerie ganz gut zurechtkommen, finde ich. Oh Gott, das tut weh. Das wird wehtun. Die Jungs hauen gleich ab. Ja, keine Ahnung. Was ist seine Mission hier? Schieß mal dorthin. Kannst du... Geht aktuell nicht. Geht aktuell nur einfach. Schießen die noch? Schießt die auf irgendwas? Mal bitte immer auf irgendwas schießen. Das ist das Allerwichtigste. Ihr könntet zum Beispiel auf die damit schießen. Kavallerie ist gefährlich. Wenn die es schaffen sollten, sich zu sammeln. Mal Angriff nach hinten. Äh, Ork-Dings können wir noch nicht machen. Walkie Walk. Okay, wo ist die Kavallerie hin? Ah, die haut ab. Hä. Feiglinge. Schande. Dann machen wir gleich nochmal einen Walk mit an, extra. Das bringt immer noch mal alles. Hattest du dir da vergessen? 40 Angriff. Boah, richtig krass, ne? Mal überlegen. Plus 40 Angriff. Das ist... Nahkampfangriff 78. Also von 38 auf 78. Durch den Walk. Das ist krass einfach. Das ist mal eben doppelt so stark. Hält zwar immer nur kurz an. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man es überhaupt hat, diese Option. Die Feinde da auch wirklich so krass zu dezimieren. Mit diesem Feature. Das ist schon beängstigend. Ja, jetzt haben wir natürlich die Schlacht gewonnen. Und alle Truppen dezimierten. Damit können wir jetzt natürlich problemlos die Siedlung erobern. Und plündern. Okay, ne, plündern nicht. Das lohnt sich nicht. Da tun wir sie einfach nur besetzen. Ist hier unsere Siedlung. Geld rein. Garnison rein. Das upgraden. Das auch nochmal upgraden. Garnison verbessern. Den Charaktiflin. War ich mir nicht mehr so sicher. Ja, wobei doch, das Imperium kann mich da jederzeit angreifen. Den traue ich auch nicht weiter, als ich sie werfen kann. Da haben wir nicht ganz falsche Hunde. Das können wir mal upgraden. Und dann müssen wir mit der Runde ja fast schon wieder fertig sein, oder? Na, was ist hier los? Mein Erzauberer. Der ist aber auch gar nicht schlecht, ne? Ja, ist schon bemerkenswert. Und gehen wir mal auf die nächste Stufe. Das sieht schon als deutlich stärker aus. Na ja, ist aber auch hier fleißig am Hochlevel. Level 8 auch schon. Tiefsten Respekt hier. Dann können wir unsere Infanterie verbessern. Ach, er hat gleich zwei Level bekommen. Sag mir das doch bitte einer. Machen wir Munition für meine Bogenschützen erhöhen. Und ein Erlass ist auch noch verfügbar. Wachstum und Gehorsam. Machen wir Wachstum und Gehorsam. Sicher ist sicher. Bin jetzt in der Zwischenzeit übrigens auch mit allen Elfen Nationen im Krieg, die es so gibt. Es gibt keine Elfen mehr, mit denen ich nicht im Krieg wäre aktuell. Problem ist, mein Walk verschwindet nach der Runde. So, das ist das kleine Nachteil. Dieses kleine Problemchen, was ich jetzt gerade habe. Rekrutieren kann ich sogar was. Legendäre Söldnerregiments. Muss jetzt natürlich hier möglichst schnell hinmarschieren. Warte mal, kann ich... Ich probiere mal was. Machen wir mal Forst March. Dass er hier mit in die Range reinkommt. Und dann greifen wir jetzt hier quasi mit drei Armeen an. Dann müssten wir auch die Überlegenheit haben. Jawohl. Weil dann konnte ich jetzt nicht meine Walk-Armee noch mit nutzen. Das war eigentlich das Wichtigste. Und... Koron ist quasi direkt Geschichte. Die haben noch eine Armee. Aber wenn die jetzt sonst außer dieser einen Armee nichts mehr haben, dann war es das mit denen. Was ist das hier schönes? Das sieht cool aus. Das behalten wir. Das nicht. Das auch nicht. Das behalten wir. Das brauche ich nicht. Das kann ich auch abbreißen mit irgendwas Sinnvolleres ersetzen. Und dann müssten wir hier eigentlich auch wieder nochmal ein legendäres Söldnerregiment rekrutieren können. Er ist auch kurz vor Level 15 schon. Feindliche Führerschaft. Minus 7 für 11. Oh. Das ist ein nices Feature. Er ist auch schon ein Level 14. Was ist da nass hier? Für Kämpfern Schaden zu. Simpel und einfach. Schaden. Mehr muss ich nicht wissen. Rekrutieren kann natürlich in der Stellung nicht. Und auch hier ist wieder ein Erlass verfügbar. Machen wir in dem Fall hier mal Gehorsam. Für den Anfang. Bis sie sich ein bisschen stabilisiert haben. Nach meinen Plündereien. In der Zwischenzeit bin ich ja mit allen Elfen im Krieg. Ich würde auch fast sagen. Wir haben jetzt eine ganz gute Ausgangslage gemacht. Geschaffen. Wird jetzt wahrscheinlich die Vampire noch angreifen an der Küste. Damit die Vampire und die Chaos-Korruption da weg ist. Die vampirische Korruption. Die passt mir ja nicht überhaupt nicht. Und dann gehen wir von dort aus her. Und tun Richtung. Äh. Lodern da. Rüber. Schippern da auf die Insel da von den Elfen. Weil die wollen ja Krieg. Also sollen sie auch Krieg kriegen. Sag ich euch ganz ehrlich. Eure Eroberungen erfüllen die Herzen. Das freut mich doch. Dass sie meine Herzen erfüllen. Neuer Barg ist wieder fehlgeschlagen. Okay. Mein Walk ist leider fehlgeschlagen. Ich brauche wieder 100. Aktuelle Anzahl ist 0. Wird also quasi eine Weile dauern. Bis ich das wieder hinkriege. Geist des Junges. Und Kron wurde auch vernichtet. Haben die die kaputt gemacht oder was? Hehe. Die krassen. Ich glaube die haben die zusammen geprügelt. Ich stelle das realistisch. Machen wir mal Squidkäfige. Oder was ist das hier? Wildschweinreiter. Also das will ich nicht. Wie gesagt. Das können wir durch globale Rekrutierung machen. Bisschen abwechseln. Trolle. Habe ich da eigentlich schon Troll. Ich habe. Warte. Was habe ich hier gebaut? In Orgmassiv. Trollhöhle habe ich hier gebaut. Aha. Aha. Also brauche ich hier quasi keine Trollhöhle. Sondern. Eine Schamanenhütte. Oder einen Kurbelwagen. Wobei das habe ich auch schon. Das Kurbelwagen Ding. Oder? Bist du doch eigentlich auch schon Kurbelwagen rekrutieren können. Oder? Scheinbar nicht. Scheinbar täusche ich mich mal wieder. Ich müsste doch. Das Ding schon gebaut haben. Wir können jetzt erstmal. Wir können jetzt wirklich erstmal hier schnell das Upgraden. Eigentlich beängstigen. Wie viel ich schon wieder bauen kann. Mofor ist. Ja. Es ist nicht so sicher. Wie man es sich gerne wünschen würde. Wir bauen ja trotzdem mal das Ding. Könnte natürlich auch unsicherer sein. Bauen wir das Ding mit dazu. Dann einen Kuron. Gehen wir erstmal her. Bauen das hier. Natürlich fürs Inkommen. Natürlich bauen wir auch hier eine Garnison. Und dann bauen wir wirklich eine Goblin-Werkzeugkiste. Und einen Wildschein-Stall. Sonst noch irgendwas Interessantes. Das kann man upgraden. Das kann man upgraden. Jetzt habe ich eh gleich kein Geld mehr. Bin gleich broke. Kann man hier noch bauen. Macht das Sinn? Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. 25% vampirische Korruption haben wir noch. Es sinkt leider nur noch um 1% pro Runde. Ich weiß nicht warum. Wir haben doch jetzt lauter Zeug gebaut. Was eigentlich vampirische Korruption beseitigen sollte auch. Aber irgendwie Funktioniert das noch nicht so richtig. So. Gehen wir Richtung Mousillon. Die haben nur zwei Regionen. Die mögen mich eigentlich. Deswegen ist es natürlich blöd, dass ich die angebringe. Und ich greife zuerst hier unten Bordelot an. Das Problem ist, dass die mit ihrer vampirischen Korruption mir natürlich auch schon ein bisschen auf die Nerven gehen. Ich habe nicht Angriffspakt mit denen. Ach, das ist aber dumm. Wieder mal sehr, sehr blöd gewesen in der Situation, dass ich das gemacht habe. Habe ich wieder mal nicht logisch nachgedacht. Auf der anderen Seite halten die mir natürlich auch schon die Elfen irgendwo vom Leib mit. Dadurch, dass sie da in ihren Regionen quasi ein bisschen Abstand zu meinen halten. Quasi die Elfen, da sie vielleicht nicht unbedingt durchbewegen wollen durch die vampirische Korruption, weil die natürlich da auch Verschleiß erleiden. Dabei kann ich mich natürlich auch täuschen, was das angeht. Ja, aber hier steigt überhaupt nichts von Warg. Eins steigt aktuell. Ich meine, ich weiß, ich kann es später durch Forschung auch erhöhen. Aber das muss man natürlich auch erstmal hinkriegen. Luanguil ist natürlich gefährlich, kann natürlich jederzeit auch angegriffen werden. Aber gut, das Risiko kann ich jetzt aktuell leider nicht wirklich anders aus dem Weg gehen. Erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, die Elfen werden mir eh nicht den Krieg erklären? Ja. So viel dazu. So viel zu dem Thema. Und die... Oh, okay. Ich sehe gerade. Die machen gerade Serious Business. Die schippern hier gerade mit 20 Armeen zu mir rüber. Ist Moussillon mit denen im Krieg oder nicht? Das ist eigentlich die interessanteste Frage. Törichte Prallerei. Minus 25% Rekrutierungskosten. Hach mal das mal. Problem ist, wenn die jetzt hier hinschippern mit ihrer Armee und sich das Ding hier snacken, habe ich ein Problem. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch hier das Problem, dass ich jetzt mit denen auch noch im Krieg bin aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen diese verdammten Narren mir einfach den Krieg zu erklären. Wer ist denn das hier unten? Ach, Biron? Karason. Karason oder Karaskoner, wie man es ausspricht. I remember. Rekrutieren könnt ihr ja nichts anständiges, ne? Ja, wird interessant. Wären sicherlich interessante weitere Folgen. Muss ich es natürlich erst mal hier diesen Kontinent sichern, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Toadro. Wohinbar 2 mit Grom, dem Fettifett. Macht's gut. Tschüss. Wohinbar 1 mit Grom.